Herzlich Willkommen auf Hildymancom.com Heute seht ihr es auf YouTube Heute stelle ich Ihnen auch wieder ein Stiftstor Eine Kalligrafiefehler von online Kostet ungefähr 20 Euro Bei MacPaper oder so Wir haben hier drin 3 Fehlern 1,5 1,9 1,1 Dazu Haben wir noch Gibt es noch direkt eine Packung Standard Tintenpatrone Kallografie Schwarz Leider Gibt es leider auch nicht in Blau Dann haben wir hier Den wunderschönen Füller Ich habe eine blaue Patrone drin So sieht er dann im Schreibzustand aus Das ist die Kappe Hier ist der Klapp Ich schreibe jetzt mal mit dem 1,1er Filter Dann 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 Okay. Hier nochmal. Roman, dieser Stift hat ein gutes Preis-Leistungsfeld. Das liegt gut in der Hand, ist preiswert und man kann Standard-Patronen reinmachen. Man braucht also keine speziellen wie bei Lamy oder so. Die Fehler sehen so aus. Ich glaube, es ist recht schwer, was gut ist, drückt dadurch schön in die Hand. Ich glaube, es ist gut in die Hand. Ich glaube, es ist gut. Ich verabschiede mich mit diesem Stift. Ich glaube, es ist gut in die Hand. Ich glaube, es ist gut in die Hand.